Hallo Freunde der Käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schule zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles hier auf meinem YouTube-Kanal. Und weiter geht's im Wallak-Gebirge, so nenne ich es mal, wo wir auf dem Weg zur Festung Gellerhead durch müssen. Und jetzt müssen wir hier in dieser Höhle erstmal einen Lava-Stein finden, ja, damit wir auf gut Deutsch mehr oder weniger eine Eiswand wegschmelzen können. Weil Elvis hinter dieser Eiswand uns etwas mitteilen will, so was wir dort im Lager aufschlagen wollen, etc. Man kennt das. Was will man machen? So, äh, Moment, hier, äh, Moment, achso, ne, hab ich eingesammelt, okay. So, hier ist eine Ader, was haben wir denn hier? Greift ihr mich an? Ne, ne? Okay. Alles gut. Feueräther-Ader, reiner, äh, feiner Feuerkristall. Nice. So, dann, Moment, hier links lang. Äh, auch hier links. Ah, da rechts ist noch eine Ader-Ader. Die gucken wir uns auch mal an. Oh, äh, Moment, hier, das Zeug... Oh. Ja. Okay, hier müssen wir wohl kämpfen, hilft alles nicht. Zack. Sind die Stufe 42, okay. Ah, das geht. So, dann komm du mal her, hier. Und einmal von der Seite, zack. Wieso ist da noch einer, der hier vorbeiläuft? Das. Äh, Moment, die Ader-Ader, da ist sie irgendwo. Jo. Auch wieder Feueräther. Noise, noise, noise. So. Nein! Er hat uns hier erblickt, shit. So, komm du mal hierher. Nicht, dass wir da drüben das Vieh noch angreifen. Das brauch ich nicht. So. Ich bin fort mit dir. Die Frage ist, wie komm ich... Ah, ja. Geht doch. Hö. Eisaffe. Was auch immer das schon wieder ist. So. Ähm. Okay. Große Höhle mit Lava. Äh. Ja, moin. Lass mich raten. Und dich müssen da ausschalten, um den Lava-Makona-Stein, wie auch immer, zu bekommen. Höhlenraxial. Naja. Gut. Dann los. Jetzt. So, Moment. Aber, äh, das Schild war das hier. So. Verdammt. Es kam ein bisschen spät, leider. Oh, einmal kurz heilen. Sowohl. Ey, bleib hier. Komm mal. Bleib stehen. Oh. Oh. Hm. Äh, Moment. Fuck. Oh, nein. Das ist jetzt doof. Moment. Das Ding ist, bei den Viechern müssen wir erst die Aura löschen, wahrscheinlich. So, und das können wir nur mit der Monado-Power machen. Das muss ich aber erst mal aufladen. Belastend. Alter, wieviel sind denn das? Das. So, einer erledigt. Zack. Dann. Einmal der Löscher. Oh, alle aufmontern hier. Und Attacke. Nein, er hat die Aura wieder. Autsch. Aua. Aua. Was jetzt? Oh, nein. Corona-Peitschel. Nicht gut. Gar nicht gut. Fuck. Und wir brennen alle. Oh, oh. Shit. Ich kann nichts machen. Nein. Mondlicht-Peimmon. So, wiederbeleben. Okay. Nein. Dann, steh auf. So, einmal die Aura löschen. Zack. Au. Wir brennen. Das ist nicht gut. Shit. What? Nein. Verdammt. Das war jetzt doof. Aber wir haben den Stein. Hey. Diese Mistviecher, ey. Die mit ihrer verkinkten Aura. Mann. Gut. Gegen die bräuchten wir halt eine hohe Ätherabwehr. Die haben wir nicht, weil falsche andere Ausrüstung geht. Unsere Ausrüstung geht halt mehr auf physische Abwehr. Na gut. Was will man machen, ne? Aber jetzt haben wir wenigstens den Magna-Stein. Können zurück, ne? Besorge einen Magna-Stein aus der Höhle neben dem Jagdgeysir. Jo. Haben wir. Gut. Das heißt, zurück zur Höhle. Die Eiswand schmelzen. Wollte eigentlich ohne Probleme hoffentlich klappen. Wäre mal schön. Und dann... Jo, ne? Wie es dann weitergeht. Hey. Lassen wir uns überraschen. Oh. Was ist hier? Feuerapfel. Nehmen wir. Oh. Dann liegen auch noch zwei Sachen. Nee, lass mich. Geh weg. Nein. Oh. Mann. Könnte ich mal hinter ihn gelangen? Danke. Oh. Oh, komm her, Jan. Ech. Mann. Oh, komm. Sag mal an, das Zeug. Äh, da geht's in die Höhle, ne? Oder? Ja. Hervorragend. So. Dö, 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 dö. Der Siegelturm. So heißt der. Ist das der Turm, wo das Monado drin war? Kann ich mir nicht vorstellen. Ne, da hatten wir ja schon mal so eine grobe Vision zumindest. Oder Rückblende, was auch immer das genau war. Und das sah ein bisschen anders aus. Na, gucken wir mal. So. Einmal bitte Eiswand schmelzen. Was ist denn das für eine Tür? Du hast das Eis geschmolzen und die Tür freigelegt. Irre. The letters are worn and difficult to make out. But it's definitely the language of the High End here. They look just like the lettering on Prison Island. If only we could... Just walk inside. This place. Something up, Shulk. No, it's just... I feel like I know this place. Déjà vu. I'm not sure, but... I'm not sure, but... I thought I had it. I can't seem to recall. Are you all right? What? Must be tired. Don't worry. This is Ossay Tower. Built by the High End here to house and protect the Monado. The ceremony of Seers was conducted here. It is also where the Homs found the Monado. Wait, you mean... So this is where the Monado was kept. My dad took it from here. Have you always been able to see the future? You told me you were from a long line of Seers. Did you have the ability from birth? Once, I too came into contact with the Monado. Those that are to be Seers must touch the Monado. And a chosen few receive our power. That is the ceremony of my family. And the ceremony was held right here. Shulk, why do you think we can see the future? I hadn't really thought about it. After I grabbed the Monado, I just saw things. Your visions are the flow of Aether itself. Aether is the very source of our world's existence. Where and how much Aether there exists now and in the future can be predicted. Therefore, in principle, the future of living beings such as us can also be predicted. And there is one thing that makes possible the visualization of those predictions. You mean, the Monado can disrupt the Aether, allowing you to release certain powers. Which means, my visions, under the same principle, are there to disrupt the future. With no one to control the outcome, the future will never change. But what if someone were to disrupt the future? What then? The future would be changed. Is that how Zanza planned to defeat the Mekonis? But why go to such lengths? What happened all those years ago? Did you think it was just a myth? I used to only believe in what I could see. My home, my friends, the Monado itself. I knew those things were real. But when you took the Monado in your hand, you gained the ability to see that which was not meant to be seen. Are you saying I should stop? You are... a fluctuation. As a fluctuation, you exist outside the results of your predictions. The more you accept this existence, the more malleable the world becomes. In fact, you have no choice but to accept it. Good morning. Did we sleep well? I can't feel my face or feet. What do you think? Rhyne not tell truth. Rhyne's snoring make Ricky think of Orluka. Oi! I don't snore. Sword Valley is just around the corner. Okay. War jetzt nicht so erfüllend, sag ich mal, das Gespräch, wie ich erhofft hatte. Aber ich bin mir eh auch noch nicht ganz sicher, was für eine Rolle Elvis hier in dem ganzen Spiel spielt. Ob der wirklich auf unserer Seite ist oder ob er ein doppeltes Spiel treibt. Nix Genaues weiß man nicht. So, wo müssen wir denn hier... Okay, ist ein bisschen was. Hm, 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 hm. Naja. Freunde der Sonne, dann würde ich einfach mal sagen... Na komm, mach die Map zu. Äh... Oh Gott, da ganz hinten. Joa. Ne, dann... Machen wir es wie sonst auch. Ich mache hier erstmal einen Cut. Und, ja, wenn wir entweder am Ziel angekommen sind... Oder wenn zwischendurch irgendwas passiert, Zwischensequenz oder ähnliches, dann hole ich euch wieder dazu. So, da vorne. Oh, nee, wir sind schon da. Ui. Es ist sie. Hey, das ist Fiora. Young heir to the Monado. Wir treffen uns wieder. Fiora! Fiora? Ist das mein Name? Dann, du, du kennst diesen Körper? So, es ist wahr. Du wirklich nicht daran erinnerst du uns überhaupt. Fiora, hör auf! Wenn nichts anderes, du musst du deine Familie erinnerst. Das ist Dunban da oben. Familie? Es gibt Familie. Wielder der Monado. Es ist ein Thema, ich muss dich zu erzählen. Fiora! Was war das? Metal Face. Stay alert. Du hast mein Vater. Get ihn! Get away from her! Now, now, let's all calm down. If I slip, I might mess up her hair. You. You're disgusting! Would you be so kind and hand over that dangerous toy you have? I could take it after I smash you all to a pulp. But we wouldn't want the hat, would we? All right. You can have it. But only if you let her go. There's a good boy. Always eager to please, Shulk. But you're... How's it going, Dunban? Is that... Moongar! I thought it might be. But you're to blame for all this. I can't tell you how badly I wanted this sort. Has this puny boy even figured out how it works yet? What are you willing to do? Would you even kill a Homs to beat us? You dare ask that of us. Why did you betray us from Iconis? Why did you kill our friends at the colony? Why? You want to know? Because it's your home. You piece of... Stay where you are. That thing works by remote. So unless you want me to put a hole in her neck... So what's it to be, weaklings? Grovel at my feet and beg! We will not bow to you! Will you hit bad guy in base? Okay, das kam jetzt doch ein bisschen überraschend. Vor allen Dingen, dass er sich noch irgendwie an alles zu erinnern scheint, etc. Moment, erstmal das hier, so. Hm. So. Hm. Hm, hm, hm. So, Moment. Schmetterschlag. Nee, wir nehmen mal das Schild. Ah, okay. Oh, aber heim, bitte. Oh nein, wieso brennen wir denn? Find ich nicht gut. So. Äh, machen wir mal das hier. Zack. Und umgestoßen. Nice. So, Moment. Schmetterschlag, yo. Oh, das ist das, Junge. Das ist ein Mann, der das Flutter ist! Du fiel vor mir! Ersword Valley! Warum hast du die Seite verändert? Warum die Beko? Du bist so blind wie du warst, dann! Ich habe mich für die Zeit gesehen, für Jahre! Was ist passiert? Es ist der Bionis-Movie! Ich wollte den Monado bekommen, damit ich den neuen Hero zu sein! Ist das alles? Das ist die Purell Grund, dass du alle diese Inocenten Menschen verletzt hast! Ravage die Hause! Ich liebe diesen Körper! Die Power! Gavans, du wirst niemals gewinnen! Geh auf deine Knie und Wörter mich! Never! Ich werde dich schrauben, und alles, was du hast, du wütigst! Der Monado wird dich verletzt! Und dann wirst du wissen, was du getan hast, Traitor! Shut your mouth and come on! Das Licht! Was ist das? Es ist nicht wie die anderen Mechon! Du bist richtig, Heir des Monado! Das ist der strongest Mechon ever gebaut! Kontrolliert von mir, Egil! Leiter von Mechonis! An Agent von Mechonis! Leiter von Mechonis! Leiter von Mechonis! So, du bist derjenige Mechon! Ich bin er! Wir kämpfen, um die Welt zu retten, aus der Tyranie der Bionis! Mechonis! Warum? Warum schrauben Sie die Maschinen in Mechinen? Was willst du von uns aus? Warum machen wir uns für dich? Deine Fragen nicht interessieren mich. Ich muss zurück mit diesem. Fiora! Fiora! Get your hands off her! Fiora! Fiora! If you want her, come and get her! You are more than welcome on Mechonis! Come and visit any time, Tanvan! Tannan! We're coming! And we won't give up! Find us, Monado, Sword of the Bionis. We will meet you on the battlefield. Fiora, we will find you! Fiora! Okay! Fand ich persönlich mal wieder sehr, sehr geil. Mit den ganzen Zwischensequenzen etc. pp. Und auch der oberste Mekkon hat sie uns endlich mal gezeigt. Hä? Scheint auf jeden Fall ein ganzes Stück größer und stärker zu sein als die anderen, selbst unter den Gesichtsmekkon. Na gut, wenn er der Anführer ist, wird's wahrscheinlich so sein. In diesem Sinne würde ich sagen, wie es weitergeht, wo wir uns als nächstes hin auf den Weg machen, was uns noch für Überraschungen erwarten usw. usf., das seht ihr in der nächsten Folge. SWISS TXT